Herzlich willkommen meine Damen und Herren, Sie sehen die Scheue, keine Mühe. Wir haben den 23.12. einen Tag vor Heiligabend. Ich wollte Ihnen und ich werde Ihnen eine Kleinigkeit aus meinem privaten Leben hier preisgeben. Leider hat mich die nächste Schlechtwetterfront voll erwischt, es regnet, aber wir scheinen hier keine Mühen. So, hinter mir sehen Sie einen Baum, an dem komme ich jeden Tag beim Gassigehen vorbei. Mein Tag beginnt für diesen YouTube-Kanal damit, dass ich einen Nachrichtenüberblick zu gewinnen versuche. Und dann gehe ich mit dem Hund so eine halbe Stunde oder Stunde und dann kommen wir auf dem Hinweg und wieder auf dem Rückweg an diesem Baum hinter mir vorbei. Und der ist für mich so etwas wie ein Symbol für den Zustand unseres Landes geworden. Wenn Sie ihn sich anschauen hinter mir, Sie haben einen starken, kräftigen Stamm im unteren Teil. Das ist die Substanz Deutschlands. In der Mitte wird es relativ dünn. Das ist ein Bild der Mittelschicht für mich. Und oben haben wir noch einen Ast, der noch einigermaßen gesund aussieht. Das ist die politische und mediale Elite, die Kaste, die das Land beherrscht, die es aussaugt, die auch die Mittelschicht ausplündert. Und wenn man den Baum genau anschaut, ich glaube, Sie können es von hier aus sogar sehen, da ist ein großes Loch auf der Rückseite. Sie können durch den Baum durchschauen. Und das ist auch etwas ganz Symbolisches. Die Substanz ist schon weitgehend verloren gegangen. Sie war mal da, jetzt ist sie zum großen Teil nicht mehr da. Und die Wurzeln dieses einst kräftigen Baumes, die sind nur noch in der Lage, diesen letzten einen kleinen Ast an der Spitze zu versorgen. Und irgendwann in den nächsten Jahren ist das dann vorbei. Dann wird das nicht mehr möglich sein. Und ich glaube, wir haben in diesem Land im Unterschied zu diesem Baum, in dem einen Unterschied, noch die Chance, das zu ändern, was sich da für den Baum abzeichnet. Aber vielleicht und hoffentlich nicht für unsere Gesellschaft. Wir müssen jetzt endlich alle mehr unternehmen, als nur zu reden und zu schreiben. Gehen Sie raus, nehmen Sie an Demonstrationen teil, gehen Sie vor das Kanzleramt, machen Sie Banner und Plakate. Gehen Sie irgendwo hin, wo Bürger Ihren Unmut ausdrücken, gehen Sie oder schreiben Sie an das Büro Ihres Bundestagsabgeordneten all das. Die Kerle sollen wissen, dass wir auf den Zehenspitzen sind und dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Die müssen erkennen, dass die Hutschnur zum Reisen gespannt ist. Und selbst wenn es nicht ganz so ist, sie müssen den Eindruck haben, dann werden sie nicht mehr alles tun. Wir haben das vor ein paar Tagen gesehen, als ein wichtiger Twitter-Account gesperrt worden ist von Arndt Dieringer, einem Professor, der sich da sehr sachlich, aber immer sehr deutlich äußert. Es gab einen Proteststurm und dann hat Twitter dieses Konto schnell wieder eingerichtet. Man sieht immer wieder, nicht nur an diesem Beispiel, dass sich schnell was ändern kann. Um es nochmal hier an diesem Beispiel zu sagen, der Baum muss nicht sterben. So, viele Grüße, nochmal alles Gute zu Weihnachten und einen guten Rutsch in 2020. Und jetzt putze ich erstmal die Brille ab.